Out-Out geht raus an die EWE. Frau Wilke zieht der denn? Kann man einfach nicht erfinden, dafür könnt ihr mir jetzt kostenlos mal drei Monate ein bisschen Watt auf die Uhr schmeißen. Ich würde nicht lachen, das ist für die Fußball. Ich kriege den Reifverschluss am Rücken nicht zu, das ist für die Fußball-Challenge. Wir müssen heute so eine Gymnastikübung machen, wenn man ein Kostüm anzieht, kriegt man extra Punkte. Ich bin der Fette, aber ich bin auf Platz zwei, weil ich immer geile Kostüme habe. Wir haben ja immer viel mit bei uns, ne? Ja. Da haben wir uns was überlegt, da vorne der Umschlag. Ist da Druck drauf? Wicke, Wicke! Wicke! Pass auf die Scheibe auf! Wicke! Die Scheibe! Wicke! Die Scheibe! Wir werden wirklich lange dekorieren, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal.